Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon World 2003 ja endlich 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 wieder in einer Liveaufnahme wir haben es jetzt endlich wieder geschafft ich habe Internet die Leute sind da es scheint alles wirklich zu laufen nur die Grafik ist halt ein bisschen okay das ist jetzt nicht so ein Superspiel was jetzt Endgrafik braucht aber ich glaube das müsste immer noch HD sein weil ich immer noch bei 9000 bin also sollte eigentlich passen leider ist das Internet halt ein bisschen weniger als sonst aber passt schon ja was haben wir in der letzten Folge gemacht hier wird gerade über Schnee und Weihnachten geredet nur weil heute der 23. ist nur deswegen wird hier bestimmt über Schnee und Weihnachten geredet finde ich nicht gut kann ich nicht gut heißen ja aber was haben wir trotzdem in der letzten Folge gemacht wir sind in den Nordsektor gelaufen und ja sind in den Nordsektor auf jeden Fall gelaufen aber was wir sonst gemacht haben im Nordsektor noch nicht viel einfach verzweifelt gesucht eine verzweifelt gesucht Stadt wir haben das können auch so reden also ich halte es nicht lange aus aber wir können so reden ich bin echt immer noch ein bisschen aus der Puste muss ich sagen ja wie lange geht es heute falls die Frage okay die Frage ist glaube ich im Chat noch nicht aufgetaucht aber falls irgendjemand das wissen möchte keine Ahnung gut dann haben wir das auch abgeklärt na ich denke mal so 15 Grad morgen bei euch wow naja man kann ja auch zu Weihnachten grillen ich hab nicht am 29. Februar Geburtstag wollt ihr wirklich wissen wann ich Geburtstag hab ich will dann was geschenkt haben ne und das ist euch bewusst ich meine mir ist es sowieso egal ich krieg ja sonst auch nix niemand mag mich na gut wir wollen mal hier nicht hier verzweifelt werden wir müssen wir müssen knallhart bleiben ja das schaffen wir gut ich möchte jetzt aber hier mal weiterlaufen und nicht hier ich laufe jetzt schon seit einer halben Stunde hoch und runter wie ein verrückter ich meine wäre ja eigentlich cool wenn man am 29. Geburtstag hätte ne hätte er irgendwie was warte mal gibt es den 29. ich bin jetzt ein bisschen in Verwirrung was ist das Schaltjahr ach weiß ich nicht auf jeden Fall wenn man am Schaltjahr Geburtstag hätte hätte er irgendwie Stil weiß ich nicht hätte er irgendwie was soll ich sagen na gut ich habe im Februar Geburtstag auf jeden Fall im Februar und zwar am 10. Februar habe ich Geburtstag also ist bald wieder bald werde ich wieder ein Jahr älter naja Rente ist schon beantragt Rente ist beantragt also es kann nicht mehr lange dauern na gut lasse mich hier jetzt gerade ein bisschen zu sehr ablenken ich gebe zu wir fahren jetzt einfach mal an gut wir sind schon mitten in der Aufnahme und ich bin schon so abgelenkt so aber wir suchen hier jetzt ja immer noch im Nordsektor die Stadt wo bin ich denn ach ja genau wie sieht es eigentlich aus mit unseren Digimon ach ja mit unseren Digimon sah es ziemlich scheiße aus stimmt wir brauchen unbedingt eine Stadt da ging es auch nicht weiter hier ist auch hier können wir speichern und Ethemon ist hier aber hey ich bin ein genialer Waffenschmied ihr Typen habt keinen Geschmack kommt wieder wenn ihr besser gerüstet seid ja unsere Waffen sind scheinbar noch unsere Waffen sind zwar wohl noch scheinbar uncool ich glaube da oben war ich schon mal da oben war nichts haben wir uns hier schon umgeguckt ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher bin noch ein bisschen verpeilt ach ja hier war das ja genau die blöde Schneewelt wo ja keiner rein will yay endlich wieder ein Digimon gut ich weiß nicht es ist für mich ein Dino der hat ja leider wir brauchen wir brauchen unbedingt hey lass das wow kann man nur im Schaltjahr Geburtstag haben okay wir haben wir haben folgendes Problem derzeit unser Problem ist dass Trimogemon was jetzt erstmal die ganze Zeit Rückzug macht unser zweites Problem ist wir brauchen MP wir brauchen HP wir haben große Probleme jetzt gerade zu überleben was hier laufen die Ferien schon längst ach ja Ferien das war noch Zeiten ja ich hoffe allen geht es gut mir geht es auf jeden Fall gut mir geht es sehr gut ich bin tiefen entspannt habe zwar heute ein bisschen Stress gehabt aber den habe ich mir ja selber gemacht naja muss er unbedingt noch echt lange bis kurz vor Ende muss er ja noch unbedingt The Last Guardian spielen weil naja was will man machen das ist halt nun mal ja es ist Pflicht so was ich gesehen habe wir müssen jetzt erstmal heilen oh Gott man 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 wie macht man das jetzt hier wir gehen glaube ich erstmal den Berg wieder runter ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee dass wir auf dem Berg sind wir gehen erstmal den Berg runter der Stream geht bis circa 21 Uhr heute ich denke mal bis 21 Uhr ist eine gute Zeit das wäre von jetzt an so jetzt wo ich angefangen habe und nein The Last Guardian ist noch nicht durch noch lange nicht nee ähm schab 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 du musst trainieren warum sagen immer alle dass ich trainieren muss ich meine wir kommen wir kommen doch irgendwie vorwärts ich weiß dass wir trainieren müssen Mannu hergert mich nicht das weiß ich doch aber das kommt halt Berg runter das ist schon mal ein ganz guter das ist schon mal ein Hinweis warum bin ich erst auf dem Berg raufgelatscht naja klasse überlebt er natürlich war klar wir dürfen nochmal gut dann ist mir egal ne heute geht es denke ich mal bis 21 Uhr und dann ist Feierabend dann wird auch bald aber erst nach Weihnachten jetzt wird über Weihnachten kann sein dass ein paar Folgen ausfallen auch von äh World of Final Fantasy aber nach Weihnachten wird es auf jeden Fall World of Final Fantasy Live Let's Play geben da 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 das muss einfach verwirrt so mit dem alten Mann hatten wir jetzt schon nichts zu tun schon wieder 24 Stunden Stream ne ne 24 Stunden Stream seid ihr denn verrückt doch gar keine 24 Stunden na gut okay ich hätte sogar 24 Stunden Fischbuster was warum nicht so lange streamen bis ich 99 bin also ich glaube ich frage mich was ich zuerst erreiche das Alter 99 oder Level 99 so lange streamen bis Level 99 wenn ihr mich einfach 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 umbringen wollt ist schon schon gemein muss ich sagen ihr sollt mich nicht umbringen worum ja falls die Leute ne es interessiert einfach einfach nur mal so ich kann ich bin ich bin ganz alleine ich kann kein 24 Stunden Stream machen ich meine es hätte es hätte irgendwo doch was aber es ist es ist es ist schon hart 24 Stunden ist eine lange Zeit es ist quasi es ist quasi 24 Stunden ja wow Leuchte ne also weiß nicht also andererseits wäre es cool andererseits auch boah danach könnt ihr mich auch irgendwo einschreiben lassen so es hätte aber was na gut vielleicht irgendwann mal wirklich zumindest schon mal länger also dass man wirklich aber auch dass man verschiedene Spiele oder so spielt also nicht nur ein konkretes Live Let's Play sondern dass man dass man einfach sagt was sagt man denn einfach dass man sagt eine konkrete Zeit vielleicht am Wochenende irgendwie so wo man dann sagt jeden Samstag jetzt wo ich keine Schichtarbeit mehr mache weil ich habe ja auch einen neuen Job und alles dass man sagt dass man einen festen Zeitraum sagt und dann ja spontan irgendwelche Spiele spielt wenn du 90 bist ja 1000 Abospezial 12 Stunden oh Gott ist ja zum Glück noch weit weg bis zur 1000 ist ja ist ja noch ewig nur Angst aber könnte man vielleicht 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 wirklich je nachdem welcher Zeitraum das ist ich muss ja auch Zeit haben ich muss ja auch Zeit haben ich bin ja noch ein hart arbeitendes Kerlchen ja ich habe Hunger bei mir gibt es nichts mehr zu essen heute ich werde jämmerlich verhungern ganz jämmerlich ja vibriert doch glatt mein Handy das höre ich sogar bis hier obwohl es an einem anderen Ende des Raums liegt Wahnsinn was ein Handy Backfisch iiii Backfisch es ist doch keiner oh man mein Handy vibriert immer weiter schön gut ich mache 300 Fake Accounts ey ist gemein denn aber nach Weihnachten erst nach Weihnachten und Silvester erst dann dann kannst du 300 Fake Accounts machen ey das ist ja was da waren wir noch nicht der denn hier äh äh das ist drah ich weiß nicht jederseits Drache das ist ein Drachending das hat auf jeden Fall Schaden gemacht Flame Ball so ich versuche verzweifelt runter zu kommen vom Berg aber naja wie man es so kennt ne da sind halt immer wieder was der fühlt sich beleidigt was was ey was verpasst ich brauch sich niemand beleidigt fühlen ich habe damit nichts zu tun ich weiß von nichts ich schwör bald hat amormon wenigstens ist mir jetzt egal ob es 32 ist wir machen amormon jetzt wir machen wir machen wir machen amormon jetzt endlich level 70 so was haben wir hier Powerladung Wahnsinn Freude ist groß Powerladung okay so mit der könnten wir reden machen wir aber nicht wir wollen nämlich jetzt hier runter von diesem blöden Berg wollen wir jetzt einfach mal runter wo geht es denn hier hin oh ein Weihnachtsbaum oh wie passend oh oh hey da oh ein Inn oh da ist ein Inn wir müssen jetzt erstmal zum Inn warte mal wie komme ich zum Inn warum laufe ich zurück was ruckelt oh stimmt ich sehe er ruckelt warum ruckelt es warum ruckelt es denn jetzt finde ich jetzt aber nicht gut dass er ruckelt warte vielleicht fängt es sich wieder Moment warum 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 was ist denn hier was ist denn what's wrong mit allem er ist leider glaube ich sehr instabiles Internet ich sehe schon das ruckelt stark ja block mal ab mm ich habe gerade andere Probleme na fängt er sich noch jetzt müsste er sich glaube ich langsam wieder gefangen haben jetzt verwirft er keine Frames mehr Frames mehr Frames jetzt verwirft er keine Frames mehr jetzt wieder was ist denn los ach das Internet vielleicht vielleicht muss ich das alles doch noch ein bisschen runter fahren vielleicht 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 ich gucke gleich noch mal kann sein dass wir gleich noch mal ganz kurz wieder neu start machen müssen von dem von dem von dem stream hier wer leckt worum geht es ja ich gucke gleich mal ich will nur schnell den Kampf zu Ende bringen ich will nur schnell dass Monmon stirbt hier scheinbar ja von mir ist Big Shot hab gerade keine anderen der hat auch hier Sprünge ohne Ende was die was die was die was die Bitrate angeht hey wir haben besiegt was 360 na ja das muss schon das muss 4k haben ohne 4k läuft es nicht ne ich muss definitiv wohl noch ein bisschen runter schrauben ich mach das mal ganz kurz ich weiß gar nicht habe ich dafür alles neu ich war ich ich sehe das ok warte ich versuche mal die Codierung zu ändern machen wir das mal auf die Zahl zapp 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 übernehmen zack jetzt sollte es vielleicht wieder laufen ich habe jetzt noch mal noch mal wieder ein bisschen runter runter gemacht alles weil na ja weil es so ist jetzt sieht es sieht es gut aus es ist jetzt eigentlich noch hd ich glaube schon ne bestimmt wie gibt es kein nicht hd so da 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 der profi hat es gerichtet glaube ich glaube ich wollen ja es sollte ich hoffe es jetzt einfach mal ich hoffe jetzt einfach mal dass das ist halt noch ein bisschen findungsphase hier mit internet und so wie das jetzt genau alles weiter geht aber jetzt sollte falls es wieder ruckelt einmal wieder bescheid geben ich gucke da nicht immer drauf auf das ding ein innen da endlich 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 natürlich 80 bit alter da 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 drücken sie einen wieder kohle raus jetzt muss ich die ganze zeit rüber gucken ist ja wurchtbar so speichern brauchen wir nicht unbedingt weiter wir haben es endlich geschafft das ruckeln ist weg hey du ich weiß es du bist mein held glorreicher held zeigt mir wie man mit karten nein kein kartenkampf alter 4 alter 4 nein okay hier wieder niemanden ansprechen sein scheiß level 44 ordner was haben wir ein level 1 kartenkampf ich hasse kartenkämpfe haut das eigentlich alles von der sprachlautstärke haut das auch alles hin ne ja haut alles hin denke ich mal jetzt hätte ihr schon was gesagt aha ja wahnsinn warum will er nur wieder kartenkämpfe machen manu was soll ich tun achso ja genau ja wir gewinnen wir machen den wir machen den sowas von platt der wird sich wundern der wird sich wundern wie wir den jetzt platt machen vielleicht gewinnen wir ja sogar nein ich meine jetzt kommen noch zwei hagurumons dazu das heißt die hagurumons vereinen sich zu einem ultra hagurumon er will irgendwas töten ich finde das nicht gut was er gerade plant ich weiß nicht was genau da abgeht ich habe nicht gelesen was es ist was 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 ist das denn für eine scheiße was ist das denn für eine scheiße wow was ist das wow wow wir hätten wow 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 wirklich jetzt aber wirklich wow 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 und jeder ach gottchen warum ich darf die leute nicht ansprechen aber ich will richtige kämpfe machen ja von mir aus die was ist los was verwirrt hilfe hey wenn ich verwirrt bin müsst ihr auch was trinken der alkohol stream kommt alkohol betrüger nein ich möchte nicht hier raus mach fertig den schinken hier das war knapp also man kann sagen was man will es war aber knapp gewesen es war eine knappe geschichte gewesen wir hätten es fast geschafft ich gebe es zu gut was für ein was für ein held bist du wo ist mein wahrer held das klingt so anders gut wir haben jetzt auf jeden fall schon mal eine stadt gefunden laufen wir weiter bei den weihnachtsbäumen wo geht es hier hin ach ja schuhberg wahnsinn war geringfügig unnötig was war denn jetzt eigentlich unsere aufgabe ich habe es echt vergessen ich glaube wir müssen immer noch die stadt finden würde ich mal sagen abein aber